Der Regen fällt Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind Ach Kind, komm lass die Frage rein Für sowas bist du noch zu klein Du bist noch lange nicht so weit Das hat noch Zeit Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Ein Augenblick Ein Stundenschlag Tausend Jahre Sind ein Tag 7000 Jahre vor unserer Zeitrechnung Die Gletscher ziehen sich immer weiter zurück Und die Vegetation breitet sich aus Während der Eiszeit sind von den großen Tieren viele Arten ausgestorben Wie etwa das Mammut Die kleineren Tiere sind aber oft zu schnell für die Jäger Und so bleibt dem Menschen nichts anderes übrig Als sein Heil auch im Ackerbau Und in der Viehzucht zu suchen Wenn er nicht verhungern will Na, wieder kein Glück gehabt Oh Hier, bitte Lass das bleiben, deine Kerne kannst du da draußen ausspucken Ist doch nicht so schlimm Na ja Obst ist eben doch mehr nachtisch Als eine vollwertige Mahlzeit So könnte es angefangen haben mit dem Ackerbau Vielleicht war das wirklich die Geburtsstunde der Landwirtschaft Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich für diese Geschichte nicht verbürgen kann Na nun seht euch das an Oh 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 Na los Langsam werden die Methoden modernisiert und man macht den Boden ertragreicher Dass auch ein Rindvieh zu guten Einfällen inspirieren kann, ist besonders dem Landwirt nichts Neues Na sieh mal einer an Es war so etwas wie die Vorahnung einer kommenden Motorisierung Dem mesolithischen Zeitalter folgt das Neolithische Zeitalter, die Steinzeit In der man die Steine wunderschön poliert und auf Hochglanz bringt Zum Schutz gegen Tiere und andere Sippen schließen sich die Familien zu Dörfern zusammen Die nicht sesshaften Nomadenvölker bleiben ausschließlich bei der Jagd Und suchen ihre Beute manchmal nächtlich auf unerlaubten Gebieten Die Nomaden, sie klauen unsere Ernte Na warte, diesmal erwischen wir sie So wird um des lieben Friedens willen das Haus eingefriedet Und die Ortschaften wachsen und wachsen Was denn, was denn, was macht ihr denn da, wo sind wir denn hier? Zurück auf die Plätze, aber schnell Na hört denn keiner, wir sind viel zu weit Ja, 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 Entschuldigung, ich habe mich vergaloppiert Ist ja auch kein Wunder Denn während unser Europa noch im Vorgeschichtlichen lebt Mit steinzeitlichen Ideen Übrigens, man kann diese Megalitensteine heute noch bewundern Zum Beispiel in Kanak, in der Bretagne Ja, also währenddessen, äh, das wollte ich sagen Gibt es bereits eine hohe Zivilisation im Nahen Osten Und in Asien Und da schlage ich vor, gehen wir gleich einmal hin Zuvor aber noch ein Sprung zurück ins Jahr 5000 Während bei uns die Dörfer kaum wachsen wollen Gibt es andernorts schon prächtige Städte In Mesopotamien etwa Im Irak die Stadt Jarno Dann Jericho in Palästina Und Chatal Hayuk in der Türkei Hier ist man unserer Zeit weit voraus Und kennt bereits die Kunst des Metallgießens Es gibt aber nur große Legierungen Eisen kennt man noch nicht Vor allem aber breiten sich die Ansiedlungen An den langen, fruchtbaren Flüssen aus Wie hier am Indus Moheniodaro Naja, um dahin zu kommen, muss man gut zu Fuß sein Meine Güte Nimmt in der Weg überhaupt kein Ende Diese Strapazen Ach, warum hab ich mich darauf eingelassen? Na endlich, da ist sie Na, die werde ich mir aber jetzt genau ansehen Ja, und das hab ich gemacht Und ich kann euch nur sagen, es hat sich gelohnt Meine Freunde Meine Augen haben wunderbares gesehen Die Stadt ist von einer unglaublich hohen Mauer umgeben Die Häuser sind bequem Sind komfortabel Hier, manche haben sogar zwei Etagen Und überall gibt es große Straßen Und elegante Frauen Ich kann euch sagen Die tragen wunderbare Halsketten Und sogar Reifen um die Fußknöchel Die Straßen sind übrigens alle geteert Jaaaa Jaaaa Ja Ja, wirklich geteert Das sind ja alles Dinge, die man anderorts noch nicht kennt Nicht schlecht Nicht schlecht, wa? Ja Hm Und dann hab ich einen Wagen gesehen Der fuhr auf runden Scheiben Auf Rädern Jaaaa Auf Rädern Ein Wagen mit Rädern, was? Reifen um die Fußknöchel Und Halsketten, wa? Wer will sich denn so einen Blödsinn anhören? Also wir glauben dir schon, Maestro Wir würden gern mit dir die Welt entdecken Morgen früh brechen wir auf in die Fremde Da liegt unser Ziel Und dann setzt ein Wetter ein Ich kann euch sagen Ein Sturm und ein Regen Dass man denkt, die Welt geht unter Es schüttet Tag und Nacht Die Flüsse steigen über die Ufer Und überfluten das Land Und reißen alles mit sich fort Alles, was ihnen im Wege ist Was? 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 Um die segensreiche Kraft des Wassers in die richtigen Bahnen zu lenken, werden Kanalanlagen zur Bewässerung gebaut. Jedoch bleiben sie von ständiger Versandung bedroht, zunächst noch ohne große Wirkung. Man muss diese Geschichten alle niederschreiben und auf Schiefer werden sie einen geschichtlich gravierenden Eindruck hinterlassen. Piktogramme nennt man diese ersten gewichtigen Schriftstücke. Die Flut wird man später vielleicht einmal Sintflut nennen. Aber das Unglück wird wiederkommen, wieder und wieder. Freunde, wir müssen alle zusammenarbeiten. Die Kanäle müssen miteinander verbunden werden. Wir müssen Deiche bauen, die vor dem Überfluten schützen. Wir müssen uns zusammentun und... Was heißt alle zusammen? Wie soll denn das funktionieren? Das gibt's doch gar nicht. Was diskutieren wir, ob einer gräbt oder alle graben? Es nützt ja doch nichts. Kannst du mir mal sagen, was denen das überhaupt angeht, Chef? Richtig. Was geht sich das überhaupt an? Kümmer dich um deine Angelegenheiten. Sonst, äh... Lanz? Na ja, sonst verliert man doch nur unnötig Zeit mit Diskutieren und die Arbeit wartet. Hört mir zu. Wir bauen tiefe Kanäle, die wir miteinander verbinden, in denen das Wasser zirkulieren kann. Und dann errichten wir hohe Deiche, sodass wir die Flut unter Kontrolle haben. Ein erstes, großes, gemeinsames Unternehmen. Alle sind sehr erfüllt von der schönen Aufgabe und nett und freundlich miteinander, wie die Menschen halt so sind. Na los, du faules Stück, beweg dich ein bisschen. Ich dreh euch noch ins Kreuz da unten und jetzt zieh ich auch noch die Hammelbeine lang. Die Flut wird bald da sein. Bringt euch in Sicherheit. Achtung, sie kommt. Und als nächstes machen wir folgendes. Wir werden alle gemeinsam... Wartet nur, das zahle ich euch ein. Eines Tages werde ich herrschen über euch alle. Der gezähmte Fluss bringt Fruchtbarkeit, Wohlstand und Frieden. Aber wie überall auf der Welt kann man auch hier nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und so muss man sich hin und wieder schon der eigenen Haut erwehren. Ich bin der Stärkste. Hehehehehehe, ja. Naja, und so geht das weiter. Jahrhundert um Jahrhundert. Bei uns ist noch alles beim Alten. Aber in Ägypten treibt man die Dinge auf die Spitze. Zum Bau der Pyramiden wurden tausende von Arbeitskräften eingesetzt. Meistens Sklaven, aber auch die ägyptischen Bauern waren zu Frohendiensten verpflichtet. Die Pyramiden sind die riesigen Grabstätten der Könige. Die größte, die Cheops-Pyramide, ist 146 Meter hoch. Über zwei Millionen Steinblöcke waren zu ihrem Bau notwendig. Das soll ich nicht nochmal erwischen. Hier wird gearbeitet, klar? Die eigentliche Sargkammer der Pyramiden liegt unterirdisch. Später im Mauerwerk selbst. Auf den Steinplatten sind Lebensweg und die Eigenschaften des Herrschers festgehalten. Habt ihr denn völlig den Verstand verlor? Bringt das sofort in eine saubere Fluchtlinie! Ja, das... Es kommen Schiffe! Der Pharao, der König, Sohn des Sonnengottes, ist der absolute Herrscher im Reich. Ich bin nur der Priester, so eine Art Astrologe und Weiser. Berater könnte man noch sagen. Ich mache die Berechnungen über Sterne, Wasser, Stände und so weiter. Der Pharao befiehlt, dem Fluss über die Ufer zu treten und der Fluss gehorcht. Während die Felder überschwemmt sind, müssen die Bauern antreten zum Pyramidenbau. Und es geht ihnen dabei nicht besser als den Sklaven. Die Pyramiden wurden übrigens mit einem komplizierten Irrgartensystem im Innern versehen, um das Eindringen in die drei Schatzkammern und eine mögliche Plünderung zu verhindern. Willst du nicht hier ausschlafen? Vielleicht bewegst du dich ein bisschen, du tauge nichts! Mama, 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 Mama! Chef, der Große da hinten will mich hauen! Unnützes, dummes Gemüse! Den dränge ich noch mal um. Noch höher? Na ja, schön und gut. Am langen müssen wir die Eingänge verlegen. Und das Labyrinth muss geändert werden. Ach, du liebe Zeit, was für ein Aufwand! Habe ich mir doch gedacht noch höher. Ich glaube, das ist das Maximum. Wir haben jetzt eine Kantenlänge von 233 Metern. Na schön, noch ein Stück. Das ist die Höhe. Der Pharao stirbt und nimmt seinen gigantischen Traum mit ins Grab. Am Nil entlang fließen die Jahrhunderte und wechseln die Dynastien. 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung regiert Ramses II., der Sonnenkönig des Nils. Die Statuenkunst steht in Ägypten in hoher Blüte. Von diesem riesigen Bildnis Ramses II. erzählt man sich, dass ein Bildhauer versucht haben soll, am Kopf noch eine Korrektur anzubringen. Aber der Sonnenkönig war wohl dagegen. Vielleicht hat er Kopfschmerzen. So etwas gibt es doch gar nicht. Was war denn das? Es muss doch gehen. Ich versuch's doch mal. Das ist aber mein Platz hier. Hier bin ich. Es wäre ja noch schöner, wenn ich das nicht schaffen würde. Ägypten hat in dieser Zeit ein weitentwickeltes Staatswesen. Als oberste Minister werden Visiere eingesetzt, die einen großen Beamtenapparat unterhalten, mit einem sorgfältig ausgebildeten Schreiberstand. Auch existiert eine schriftlich niedergelegte Rechtspflege. Der Staat bekommt seine Einnahmen über Besteuerung von Korn und Vieh. Und leider muss man sagen, auch wenn die Ernte besonders gut ist, geht's den Bauern ziemlich schlecht. Denn die Steuereintreiber stellen hohe Ansprüche und setzen sie durch. Was sie dort unter den Armen tragen, sind übrigens Papyrusrollen. Ja, ja, Papier gibt's auch schon. Und es ist auch schon geduldig. Also fangen wir an. Kommt her. Hast du dein Werkzeug? Bringt alles her! Hier, das ist für dich. Nein, lass mich in Ruhe! Das wird nicht teuer zu stehen. Gnade, Gnade! Du hast versucht, den Staat zu betrügen. Die Pätschen! Oh, schlägt er. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Moment, ich mach das. Ich bin soweit. Und eine königliche Teilungserklärung wird als salomonisches Urteil in die Geschichte eingehen. Einverstanden, machen wir halbe, halbe. Oh nein, nein, lasst es am Leben, gebt's lieber ihr. Na, da seh ich doch völlig klar, du bist die Mutter. Na, und du bist mir eine ganz schlimme, komme hier ja nicht in meinen Tempel. Das ist er übrigens. Und hier spricht keine Geringere als die Königin von Saba zu Salomon. Du hast mehr Weisheit und Güte, als die Kunde sagt. Und die Menschen hören von einem einzigen Gott und seinen Geboten. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Doch davon mehr beim nächsten Mal. Wenn ihr mich wiederseht, ihr müsst unbedingt gucken, wie's weitergeht. Was ist zart? Was ist zart? Was ist zart? Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Jahre.